Also hallo Leute, es ist sehr stürmisch auf der Nordsee. Das Ding hat jetzt gerade abgelegt von seinem Hafen. Und das Ding geht ab wie eine Kanone. Ich schalte mal kurz raus aufs Meer. Also da sieht man schon mal, was das Ding für ein Ding für dich auf hat. Das muss man sich ganz schön festhalten, dass man sich überhaupt nicht runterkriegt. Jetzt schau ich mal. Oben geht es natürlich noch brachialer zu. Ich möchte gar nicht ganz rauf. Aber das geht schon gewaltig ab. Der ganze Kutter hier. Da muss man ja aufpassen, dass mir das Handy nicht aus der Hand reißt. So ein starker Winz. Jetzt geh ich mal wieder runter. Man sieht schon, dass das von der Kanne abgeht. Zum einen der Sturm und zum anderen noch die Geschwindigkeit dazu von dem Kutter. Also, dann noch ein guter Aufenthalt. Also hier geht es stürmisch zu. Kein Vergleich zu irgendeinem anderen Stürmen. Zu irgendeinem Herbst, Wind oder Ähnlichem.